einen wunderschönen guten morgen es ist das mikro ist viel zu weit weg hallo es ist dienstag der 14.2.2017 um 7.31 heute ist valentinstag seid lieb zu euren mitmenschen und die die ihr besonders mögt gebt ihr ein stück schokolade oder eine blume oder irgendwie sowas dass sie das mitkriegen falls sie nicht schon wissen ich mache mich gleich auf dem weg ins büro werde durch minus sieben grad außentemperatur stiefeln das ist echt fies das ist richtig fies aber was soll es kann man nicht ändern handschuhe an schal auf und dann vielleicht noch so ein bisschen eine mütze oder sowas oder so ohrenschützer irgendwas in dem dreh werde ich mir schon um den kopf wickeln mal gucken damit meine löffel nicht abfrieren ja arbeiten 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 gestern habe ich irgendwie nur 130 kunden bearbeiten können heute habe ich das ziel so 170 zu machen vielleicht mal gucken ob ich das schaffe und heute abends ist die mutter da die fährt irgendwann mittags los wird gegen 16 17 in berlin sein schätze ich mal und ich werde so gegen 17 uhr spätestens feierabend machen dass ich so 17 30 18 uhr irgendwann zu hause bin und dann habe ich die mama für die nächsten zwei tage zu besuch morgen habe ich urlaub habe ich mir genommen für die mutter die wunderte sich zwar weil sie mir gesagt du hast doch gesagt du nimmst keinen urlaub jetzt hast du doch urlaub genommen ich so ja ich dachte mir warum nicht den ganzen tag frei nehmen und mit der mutter was machen an ihrem 57 geburtstag ist doch eigentlich eine schöne idee jetzt gucken wir mal wie das morgen wird sie will irgendwie durch ein paar musikfachgeschäfte stiefeln und sich elektro klaviers klaviere klaviers klavierse ihr wisst schon e pianos anschauen mal gucken ob ich damit fahr oder nicht und dann werden wir morgen frühstücken gehen und abend essen und in die distel irgend so ein kabarett stück anschauen wir haben sogar noch plätze in der ersten reihe bekommen das weiß ich zwar noch nicht aber das wird glaube ich ganz gut und ja dann ist der mittwoch schon eigentlich völlig verplant mal gucken was noch so ansteht wir haben ja irgendwie mindestens zwölf stunden zeit irgendwas zu unternehmen und dann schauen wir mal ja und heute wie gesagt jetzt erstmal ins büro mal gucken ob mir jemand blumen schenkt ich glaube nicht vielleicht schokolade wobei dick genug bin ich ja eigentlich schon schenke ich irgendjemandem was ich überlege grad macht man das wenn man niemand nicht verliebt ist sondern nur jemand mag zum valentinstag ich glaube ja das geht oder ja gut dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen dienstag und melde mich morgen wieder bei euch die nächsten zwei tage also heute und morgen werde ich nicht zum streamen kommen genauso wie gestern denn wie gesagt die mama ist da und ja da kann ich hier nicht am rechner sitzen und zocken und mit euch quatschen während sie im wohnzimmer sitzen sich denken man ist in die rotzgörer endlich fertig und kümmert sich mal um mich also das müsste versuchen zu verstehen in diesem sinne einen wunderschönen tag und bis morgen früh irgendwann oder morgen vormittag je nachdem wann wir aufstehen wer weiß das schon also bis dann tschüss